Servus, ich bin der Jörg von Rite Snowboards, Marketing Manager für Europa. Wir sind hier in unserer Rite-Werkstatt und ich zeige euch ein paar Produkte für die kommende Saison. Hier haben wir das Berserker Pro-Modell vom Jake Blaufeld. Wer kennt ihn nicht? Extrem guter Freeride-Off-Piste-Fahrer. Das Brett ist genau auf ihn zugeschnitten. Wir haben hier einen Direkt-Schnell-Hybrid-Camber, das heißt Camber-Zone in der Mitte vom Brett. Leichter Rocker im Tipp und im Tail. Dadurch können wir eine absolut beste Kantenkontrolle garantieren auf jeglichen Schneekonditionen. Macht im Powder unglaublich viel Spaß. Wir haben eine 4000er Fashion Base. Die ist sehr hart, widerstandsfähig und macht das Brett brutal schnell. Das Berserker hat natürlich einen Goodwood Award gewonnen. Was das Brett einfach nur auszeichnet, die perfekte Wahl für alle, die ein wirklich starkes High-End-All-Mountainbrett suchen, am ganzen Berg Spaß haben wollen. Und ja, wenn ihr vorbeischaut beim Blue Tomato, findet ihr sicher zu einem guten Preis. Viel Spaß damit! Gitarrenkl Untertitelung des ZDF, 2020